Wir kommen zur allgemeinen Ermittlung kritischer Punkte. Mathematische Bestimmung kritischer Punkte einer mehrdimensionalen Funktion. Zur Ermittlung aller kritischen Punkte einer nicht-linearen Funktion mehrerer Variabler müssen alle ersten partiellen Ableitungen der Funktion gebildet und gleich Null gesetzt werden. Damit fangen Sie bitte immer an. Alle ersten partiellen Ableitungen bilden und Null setzen. Da wir als kritische Punkte die Punkte suchen, die alle ersten partiellen Ableitungen gemeinsam zu Null werden lassen, sind die Gleichungen der ersten partiellen Ableitungen nicht für sich, sondern gemeinsam als ein Gleichungssystem zu lösen. Zur Lösung des Gleichungssystems sollte, sofern nötig, das Einsatzverfahren angewandt werden, wobei eine erste partielle Ableitung nach seiner abgeleiteten Variablen sofern möglich umgestellt und in die anderen ersten partiellen Ableitungen eingesetzt wird. Dies reduziert die Anzahl der Variablen, wobei das Verfahren so lange durchzuführen ist, bis eine erste partielle Ableitung nach Einsetzen der anderen ersten partiellen Ableitungen nur noch von einer Variablen abhängig ist und eindeutig gelöst werden kann. Die Ermittlung der anderen Variablen erfolgt dann durch rekursives Einsetzen der eindeutigen Lösung in die umgeformten ersten partiellen Ableitungen. Die allgemeine Vorgehensweise lässt sich am besten anhand eines Beispiels veranschaulichen, wobei wir die kritischen Punkte der folgenden Funktionen bestimmen wollen. Und zwar haben wir einmal f in Abhängigkeit von x1, x2, also wir haben nur zwei Variablen, ist gleich 2x1² minus 6x1, x2 plus x2 hoch 3. Die Funktion kennen Sie schon. Und womit wir immer anfangen, womit fangen wir immer an? Ja, ich hoffe es ist daraus hervorgegangen. Der erste Schritt ist immer erste partiellen Ableitungen bilden und null setzen. Das ist das Erste, was Sie machen, wenn es um kritische Punkte geht. Erste partielle Ableitungen bilden und null setzen. Das heißt hier die erste partielle Ableitung nach x1 gleich 0, die erste partielle Ableitung nach x2 gleich 0. Danach der zweite Schritt, den Sie immer machen, ist Umformen bzw. Auflösen der partiellen Ableitung mit dem geringsten Funktionsgrad, nach seiner abgeleiteten Variablen, sofern dies möglich ist. Das heißt, wir schauen uns die partiellen Ableitungen an. Welchen Funktionsgrad haben wir hier? Was meinen Sie? Ja, wir haben keine Potenzen, also ist das eine Funktion vom Gerade 1. Welchen Funktionsgrad haben wir hier? Wir sehen jetzt hier die Potenz 2. Das heißt, wir haben eine Funktion vom Gerade 2. Heißt für uns, wir würden uns erstmal diese Funktion hier oben schnappen, also die erste partielle Ableitung nach x1, weil sie den geringsten Funktionsgrad aufweist. Und wir stellen jetzt nach der abgeleiteten Variablen um. Das ist nicht unbedingt nötig, nur ich habe es immer so gemacht, ja, also dass man immer nach der abgeleiteten Variablen, sofern dies möglich ist, umstellt, damit man ein bisschen übersichtlicher bleibt. Also wir würden jetzt hier diese Funktion einfach nach x1 umstellen. Und machen wir das einmal gemeinsam, ja, schnappen wir uns einmal die Funktion und rechnen jetzt plus 6x2, bringen x2 also auf die andere Seite und dann nochmal durch 4. Und dann hätten wir hier heraus x1 ist gleich 1,5x2. Ja, der dritte Schritt wäre jetzt, wenn wir das eben umgeformt und nach einer Variablen aufgelöst haben, einsetzen der umgestellten aufgelösten partiellen Ableitung in eine andere partielle Ableitung und auflösen nach seiner abgeleiteten Variablen, sofern möglich. Das heißt, wir packen jetzt x1 ist gleich 1,5x2 in die erste partielle Ableitung nach x2 und ersetzen im Grunde hier x1 durch 1,5x2. Und damit verschwindet eben diese Variable x1, ja. Und damit ist die Funktion nur noch nach x2 abhängig. Schauen wir uns das einmal an, ja. x1 soll gleich 1,5x2 sein. Also hätten wir hier minus 6 mal 1,5x2, ja, für x1 eingesetzt, plus 3x2 zum Quadrat gleich 0. Und wenn wir das jetzt einmal umstellen, ja, die Quadratzahl nehmen wir nach vorne und minus 6 mal 1,5 macht minus 9x2, ist gleich 0. Und dann machen wir das fertig für die pq-Formel, ja. Wir nehmen hier einfach die pq-Formel, ich weiß, man könnte es auch leichter lösen. Wir wollen es einmal mit pq-Formel machen, also durch 3, damit die Quadratzahl für sich steht, ist x2 zum Quadrat minus 3x2. Minus 3 ist unser p im Grunde, ja, und minus p halbe wäre dann eben 1,5 plus minus 1,5, denn letztlich minus 3 halbe zum Quadrat Wurzel daraus ist dann wieder weiterhin 1,5, ja, ganz leicht, so wie Sie es auch kennen, ja. Und dann bekommen wir hier im Grunde zwei Lösungen heraus. Einmal die erste Lösung für x2 ist 1,5 plus 1,5 gleich 3. Und die zweite Lösung für x2, ich schreibe das immer in so kleinen Klammern dahinter, das müssen Sie nicht unbedingt machen, aber das ist immer mein Rat, dass Sie in kleinen Klammern dahinter schreiben, das ist die erste Lösung, das ist die zweite Lösung, ja, 1,5 minus 1,5 wäre dann entsprechend 0. Und jetzt müssen Sie mit Schritt 4 weitermachen, das heißt, wir haben ja jetzt eindeutige Lösungen gefunden und dann folgt Schritt 4 mit Einsetzen der eindeutig gefundenen Lösung einer Variapel in die umgeformten Ableitungen, das heißt, wir setzen im Grunde, wir haben ja hier nach x1 umgeformt, heißt, wir setzen diese Lösungen jeweils jetzt ein, wobei wir hier aufpassen müssen, ja, wir haben natürlich jetzt einmal die erste Lösung für x1, der ersten Lösung von x2, heißt, wir setzen jetzt x2,1 gleich 3 ein, heißt, 1,5 mal 3 ist 4,5 und die beiden gehören jetzt zusammen, x1 und x2,1,1, ja, das ist immer das Schöne, wenn Sie das in Klammern dahinter schreiben, wissen Sie, okay, die beiden bilden jetzt im Grunde einen kritischen Punkt, ja, und jetzt setzen Sie natürlich nochmal die 0 ein, das heißt, auch hier x1 mit x2 gleich 0, dann entsprechend heißt 1,5 mal 0 ist gleich 0 und x1,2 und x2,2 gehören dann auch wieder zusammen als ein kritischer Punkt, ja, wir werden gleich merken, wir werden noch viel, viel mehr Lösungen bekommen und leider muss man echt aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt und die richtigen Lösungen als ein Punkt dann letztlich zusammenbringt für die einzelnen Variablenwerte, denn hier würde eben, wenn wir jetzt einmal hingehen und notieren den kritischen Punkt beziehungsweise die kritischen Punkte als fünften Schritt, müssen wir natürlich x1,4,5 auflisten und x2,1,3, ja, das ist unser erster kritischer Punkt und unser zweiter kritischer Punkt ist dann x1,0 und x2 auch 0, ja, das wäre unser zweiter kritischer Punkt. Das sind die fünf Schritte, die Sie immer durchgehen, ja, so erfolgt die allgemeine Ermittlung kritischer Punkte und ich würde Ihnen immer raten, Sie müssen natürlich nicht diese fünf Schritte hinschreiben, ja, sondern nur im Kopf haben, wie Sie wirklich vorgehen, dass Sie wissen, okay, Schritt 1, erste partiellen Ableitungen bilden, 0 setzen. Schritt 2, Sie finden die partielle Ableitung mit dem geringsten Funktionsgrad, stellen nach einer Variablen um. Schritt 3, Sie setzen diese umgestellte partielle Ableitung in die anderen partiellen Ableitungen ein und lösen auch wieder nach einer Variablen auf, dann rekursives Einsetzen, wenn Sie eine eindeutige Lösung haben, in die partielle Ableitung, die Sie nach Schritt 2 umgestellt haben und dann können Sie die Punkte notieren, wobei Sie eben aufpassen müssen, dass Sie nicht durcheinander kommen mit den Werten, ja, darauf gehen wir aber noch ein. Falls Sie das noch nicht so ganz verstanden haben, kein Problem, wir werden jetzt mehrere Beispiele durchgehen, wobei ich hier vorweg sagen muss, es wird sehr, sehr schwierig, ja, deswegen seien Sie irgendwie nicht sauer auf sich selber, falls Sie das nicht sofort verstanden haben, rechnen Sie das vor allem selber bitte immer noch mal nach, drucken Sie sich am besten hier das Folienskript aus und gehen selber diese Aufgaben einmal durch, weil Berechnungen kann man am besten wirklich nur verstehen, wenn man sie selber anwendet und selber runterrechnet. Ja, so viel vorweg, seien Sie da bitte nicht sauer, wenn Sie jetzt nicht ganz so schnell mitkommen, wie wir da durchgehen, obwohl ich versuche, das Ganze langsam zu machen. Ermittlung kritischer Punkte mittels zusammenhängender Variablen, wenn Sie das nicht sofort nachvollziehen können, ganz normal. Ich hoffe, es Ihnen dennoch gut erklären zu können. Bestimmung kritischer Punkte mit mehrfach auftretenden Variablen in den partiellen Ableitungen. Die Auflösung einer partiellen Ableitung nach einer bestimmten Variablen kann bei mehrfachem Auftreten der Variablen mit verschiedenen Exponenten durchaus schwierig werden. Tritt die Variable jedoch in allen Einzeltermen der partiellen Ableitung auch zusammenhängend mit den anderen Variablen auf, können die Lösungen nach der Variablen sehr einfach durch das Ausklammern der Variablen bestimmt werden. Als Lösung für die Variable sind dabei die Werte zu wählen, die die Terme außerhalb und innerhalb der Klammer zu Null werden lassen. Jetzt denken Sie sich ja, oh mein Gott, ausklammern, ich hasse ausklammern, ich kenne das, ja. Ich gebe Ihnen gleich einen Tipp, wie Sie ganz, ganz leicht ausklammern und sehr leicht eigentlich dann die Werte bestimmen können. Wir nehmen wieder ein Beispiel und folgende Funktion, wir sind wieder abhängig von x1 und x2. Und was machen wir zuerst? Wir bilden erstmal die partiellen Ableitungen. Erst nach x1, dann nach x2 die ersten partiellen Ableitungen. Also ganz normal unter Null setzen, ja. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen, haben wir ja in der vorherigen Hauptthematik genügend gemacht, ja, und besprochen. Das Zweite, was Sie dann machen, ist natürlich wieder, ich blende es hier einmal ein, damit wir das nachvollziehen können, umstellen bzw. auflösen der partiellen Ableitung mit dem geringsten Funktionsgrad nach seiner abgeleiteten Variablen, sofern möglich. Hier haben wir einen Funktionsgrad von 3, hier haben wir einen Funktionsgrad von 2, also nehmen wir auf jeden Fall diese partielle Ableitung nach x2, ja, und wir würden nach x2 umstellen. Das macht auch Sinn, weil x2 taucht hier in beiden Termen auf und das brauchen wir, um ausklammern zu können, ja. Also, wir nehmen die erste partielle Ableitung nach x2. Und wie sollen wir jetzt davon x2 letztlich bestimmen? Man könnte auf Umwegen die pq-Formel verwenden, wobei ich das hier absolut nicht empfehlen würde, ja, indem man dann letztlich durch minus 6 rechnet, hier minus 2 herausbekommt und minus 2x1 als p ansieht. Das wäre eine Möglichkeit, würde ich aber nicht machen, dauert viel zu lang, sondern sie klammern jetzt aus. Und sie klammern immer die geringste Potenz in den Termen aus. Die geringste Potenz ist hier im Grunde 1, weil hier nur x2 steht, ja. Also klammern sie x2 aus mit dem Koeffizienten der höchsten Potenz, also hier x2 zum Quadrat. Also, minus 6x2 würden sie ausklammern und dann klammern auf, mal x2 in diesem Fall, damit sich minus 6x2 mal x2 wieder zu minus 6x2 zum Quadrat ergibt. Und dann müssen sie aufpassen, dadurch, dass sie minus 6 ausgeklammert haben, ja, und das hier wieder eine Multiplikation ist, müssen sie im Grunde dann den Koeffizienten mit der geringsten Potenz, also 12 hier, durch minus 6 rechnen. Und 12 durch minus 6 ist minus 2 und wenn sie das wieder multiplizieren würden, minus 6 mal minus 2, würde eben wieder 12 herauskommen. Und hier machen sie dann natürlich x1 hinten dran, weil x2 haben sie ja ausgeklammert und x1 bleibt aber dennoch weiterhin natürlich stehen. Und jetzt können sie im Grunde ihre eindeutigen Ergebnisse herausfinden, das heißt, sie lassen einmal das Äußere zu 0 werden und einmal das Innere in der Klammer zu 0 werden, weil wenn sie 6 mal 0 rechnen, mal einer Klammer, ja, bleibt 0 stehen, ja, minus 6 mal 0 wäre 0 und 0 mal etwas ist weiterhin 0. Und wenn sie innerhalb der Klammer 0 haben, ja, also wenn sie innerhalb der Klammer zu 0 wären, dann würden sie minus 6x2 mal 0 rechnen, würde sich auch zu 0 ergeben. Und außerhalb der Klammer ergibt immer die 0 alles zu 0. Das heißt, x21, die erste Lösung wäre 0, denn minus 6 mal 0 ist 0 und 0 mal eine Klammer ist einfach nur 0, also würde sich 0 gleich 0 ergeben. Und innerhalb der Klammer, die können sie immer zu 0 werden lassen, indem sie diesen Wert hier nehmen und das Vorzeichen umkehren, das heißt, wenn sie hier vor für x2 2x1 schreiben würden, und dann würde 2x1 minus 2x1 innerhalb der Klammer zu 0 werden und minus 6x2 mal 0 ergibt sich dann auch wieder zu 0 ist gleich 0. Also lautet unsere zweite Lösung 2x1, ja, wir machen das gleich noch einige Male, falls sie das noch nicht verstanden haben, ja, wir werden das immer wieder machen, weil wir jetzt ständig ausklammern müssen, ja. Also das ist unsere erste Lösung für x2 0, weil dann eben alles außen zu 0 wird und das ist unsere zweite Lösung, weil dann in der Klammer das zu 0 wird, ja, mit 2x1. Merke, es gilt immer den Term mit der höheren Potenz außerhalb der Klammer zu schreiben. Im Inneren der Klammer ist beim Ausklammern eines negativen Terms sehr genau auf das Vorzeichen zu achten, also bitte wirklich immer, dass, wenn sie minus 6 ausklammern, müssen sie das durch diesen Koeffizienten hier dividieren, werden wir aber auch gleich nochmal sehen und bitte achten sie da immer sehr genau aufs Vorzeichen. Gehen wir mit Schritt 3 weiter. Einsetzen der umgestellten, aufgelösten partiellen Ableitung in eine andere partielle Ableitung und auflösen nach seiner Variablen, sofern möglich, das heißt, wir nehmen jetzt eben hier unsere partielle Ableitung nach x1 und setzen eben einmal die 0 ein und dann würden wir als zweite Lösung noch 2x1 einsetzen. Wir fangen erstmal mit der ersten Lösung an. Also wir setzen für x2 die 0 ein, das heißt, wir setzen hier einmal, wenn sie das sehen, 0 ein, das heißt, x2 wird zu 0 zum Quadrat. Und wenn sie das dann einmal umstellen, dann kommen sie auf minus 0,5x1 hoch 3 minus 12x1 zum Quadrat ist gleich 0 und jetzt stellen sie wieder fest, wie löse ich das denn jetzt hier auf? Wie finde ich hier die Lösung für x1 heraus? Das können sie auch nicht mehr mit der pq-Formel machen, weil sie hier eine Potenz von 3 haben, das heißt, wir müssen wieder ausklammern. Was klammern wir aus? Die geringste Potenz, also x1 zum Quadrat mit dem Koeffizienten der höchsten Potenz, also mit minus 0,5, heißt, wir klammern aus minus 0,5x1 zum Quadrat, ja. Und dann schreiben sie hier einfach wieder nur x1 hin, damit sich eben multipliziert, dann letztlich diese Potenz ergibt. Und hier minus 12 müssen sie nochmal durch den ausgeklammerten Koeffizienten rechnen, also durch minus 0,5 macht dann letztlich plus 24 und hier hinter kommt natürlich nichts mehr, weil die x1 zum Quadrat haben sie ja ausgeklammert, ja. Die haben sie ja vor die Klammer gezogen und dadurch, dass hier nicht x2 oder sonst irgendwas steht, bleibt einfach nur die 24 stehen. Und dann wissen sie wieder, die erste Lösung für x1 lautet einfach nur 0, weil wenn hier 0 zum Quadrat steht, würde alles zu 0 werden. Und die zweite Lösung würde hier lauten, das umgekehrte Vorzeichen von dem, was in der Klammer steht, nämlich minus 24, denn minus 24 plus 24 würde sich hier auch zu 0 ergeben, also wäre minus 24 die zweite Lösung. Und sie haben jetzt im Grunde für die erste Lösung von x2 zwei Lösungen wieder, ja. Und deswegen schreiben sie in Klammern dann 1 und 2 wieder am Ende dahinter für die erste Lösung. Haben sie also zwei Lösungen. Und da wir hier eine eindeutige Lösung haben, ja, also wir haben ja hier keine eindeutige Lösung, ja, weil wir 2x1 haben, hier haben wir eine eindeutige Lösung, also können wir im Grunde diese Werte kombinieren, ja. Also können wir hier schon mal sagen, da x21 gleich 0 sich zu einem eindeutigen Wert ermitteln ließ, kann auf Schritt 4 das Einsetzen in die ungeformte partielle Ableitung verzichtet werden, weil wir ja eine einleitige Lösung haben. Wir wollen zunächst zu Schritt 5 übergehen und die ersten beiden kritischen Punkte dann ermitteln, wobei wir auf der nächsten Folie den Schritt 3 für x22 gleich 2x1 weiterführen, ja. Klingt jetzt hier ein bisschen kompliziert, was wir machen. Hier wissen wir x1 gleich 0 gilt für x21 gleich 0, also haben wir den ersten Punkt 0, 0, ja, als kritischen Punkt und dann gilt hier x1 minus 24 auch mit der 0, ja, für die erste Lösung ist das ja beides. Also minus 24, 0 wäre unser zweiter kritischer Punkt, ja. Wir könnten hier jetzt auch in Klammern 1 dahinter schreiben für die erste Lösung und 2 für die zweite Lösung, damit man weiß, die kombinieren sich. Bitte darauf achten, was ist x2 und was ist x1, also nicht hier 0 minus 24, ja. Ja, also das hier ist x1 und das hier ist x2, seien Sie sich da bitte sicher, dass Sie der Reihenfolge nach richtig aufnotieren. Das wären unsere ersten beiden kritischen Punkte. Wie gesagt, falls Sie dem nicht ganz folgen konnten, schauen Sie es am besten immer wieder an, es ist sehr, sehr schwierig, dieses Thema, wirklich. Also es ist nicht sehr einfach, kritische Punkte zu bestimmen. Wir wollen mit der zweiten Lösung weitermachen, mit 2x1, und zwar Ermittlung kritischer Punkte, Mittel, Zusammenhängen der Variablen, die Weiterführung. Und jetzt gehen wir eben wieder hin und setzen eben x2, 2, die zweite Lösung ein, und zwar wieder eben in unsere erste partielle Ableitung nach x1. Also setzen wir diesmal nicht 0 ein, sondern 2x1 ein. Und wenn wir das einmal auflösen, ja, 2x1, Klammern zum Quadrat ist nichts anderes als 2 zum Quadrat und x1 zum Quadrat. Und wenn wir das einmal zusammenfassen, dann kommen wir hier auf 24x1 zum Quadrat. Und das können wir natürlich verrechnen mit minus 12x1 zum Quadrat zu 12x1 zum Quadrat. Ja, also hätten wir letztlich hier stehen, minus 0,5x1 hoch 3 plus 12x1 zum Quadrat ist gleich 0. Und wir stellen wieder fest, wir haben hier eine Potenz von 3 und hier eine Potenz von 2. Wir können nur wieder durch Ausklammern das Ganze lösen. Wir klammern die geringste Potenz aus mit dem höchsten Koeffizienten, also minus 0,5x1 zum Quadrat. Ausgeklammert, Klammer auf. Mal, wenn wir hier 2 ausklammern, bleibt nur noch 1 übrig. Also x1 kommt hier hin, wenn wir hier x1 Quadrat ausgeklammert haben, dann kommt hier gar nichts mehr hin. Wobei wir 12 durch minus 0,5 nehmen müssen, kommen wir auf minus 24, denn minus 0,5 mal minus 24 ist natürlich wieder plus 12, ja. Sie können auch immer zur Prüfung hingehen und diese Klammer einmal im Kopf oder mit einem Bleistift dann nochmal ausrechnen, ob die auch stimmt. Und wir wissen jetzt x1, die erste Lösung ist einfach nur 0, ja, außerhalb der Klammer, immer wenn wir hier 0 schreiben, wird alles zu 0. Und die zweite Lösung für x1 wäre dann das umgekehrte Vorzeichen von dem, was in der Klammer steht. Hier steht minus 24, also wenn wir 24 hier hinschreiben, 24 minus 24 wird sich dann auch zu 0 ergeben. Also ist die zweite Lösung für x1 einfach nur dann 24, wobei diese beiden Lösungen eben jetzt für die zweite Lösung von x2 gilt. Ja, bitte damit nicht durcheinander kommen. Und wir brauchen jetzt aber, da die zweite Lösung von x2 2x1 lautet, also 2 mal x1 lautet, brauchen wir natürlich jetzt nochmal den Schritt 4. Wir müssen also nochmal rekursiv einsetzen, einsetzen der eindeutig gefundenen Lösung einer Variablen in die umgeformte Ableitung, beziehungsweise in die umgeformte Ableitung, heißt, wir setzen unsere erste Lösung einmal hier ein, also 2 mal 0 einfach nur. Und wenn wir 2 mal 0 haben, kommen wir hier auf 0. Und dann setzen wir unsere zweite Lösung, die 24 hier nochmal ein, also 2 mal x1, die zweite Lösung. Ja, also 2 mal 24 macht 48. Und hier können wir jetzt immer erkennen, wenn wir diese Schreibweise so machen, wie gesagt, Sie müssen sie nicht übernehmen, nur finden Sie irgendein System, wo Sie eben sehr, sehr gut wissen, welche Punkte, welche Lösungen gehören zusammen zu einem kritischen Punkt. Ja, das ist ganz wichtig. Hier wissen wir jetzt, 2, 1 gehört zu 2, 1, also hier haben wir 0, 0 als kritischen Punkt. Und hier wissen wir, x1, 2, 2, 24 und x2, 2, 2, 48 gehören auch zusammen. Wobei wir natürlich die vorherigen kritischen Punkte mitnehmen müssen. Ja, also es gilt, die kritischen Punkte zu notieren, wobei wir die zuvor bestimmten kritischen Punkte auf der vorherigen Folie mit einbeziehen. Heißt, wir hatten die kritischen Punkte 0, 0. Hier haben wir nochmal 0, 0, ja, das listen wir nicht nochmal auf. Ja, zweimal den gleichen kritischen Punkt brauchen wir nicht. Das heißt, das bleibt bei Punkt 1, 0, 0. Und dann haben wir minus 24, 0 gehabt auf der vorherigen Folie. Und jetzt haben wir hier nochmal 24, 48 als dritten kritischen Punkt. Ja, den haben wir jetzt auch nochmal ermittelt. Und hier steht auch nochmal, merke, der kritische Punkt 0, 0 hat sich zweimal ergeben. Eine doppelte Aufführung dieses Punktes ist nicht notwendig, weshalb die Funktion insgesamt drei kritische Punkte besitzt. Ein Hinweis darauf, wie viele kritische Punkte eine Funktion besitzen kann, kann der höchste Exponent der verschiedenen partiellen Ableitungen liefern. Das wissen wir ja, denn eine Funktion mit positiv ganzzahligen Exponenten bzw. das Gleichungssystem der partiellen Ableitungen kann maximal so viele Nullstellen haben wie der höchste Exponent im Gleichungssystem oder weniger. Heißt, wir wussten eigentlich schon, dass wir nur drei kritische Punkte haben können. Wir konnten keinen vierten 0, 0 Punkt dazu kriegen. Das konnte nicht sein, weil unsere höchste Potenz war 3, also wir hatten die höchste partielle Ableitung vom Gerade 3 und dementsprechend konnte es nur drei kritische Punkte dann auch wirklich geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.